cls imd standard pc sind sehr gut geeignet für internet, büro, videobearbeitung und er ist allrounder. er hat front usb 3.0, 2.0, kartelesigerät, 24 fack multi dvd brenner, 1 terabyte sath festplatte, eine sehr schnellere arm deposition, 8 gigawatt ddr3 ram, radio r7, 240 grafikkarte, 480 watt netzteil, er hat auch genügend erweiterungsmöglichkeiten. rückseite hat er ps2 anschluss, 4x usb 2.0, 2x usb 3.0, gigabit lang, 7.1 sound, vgear, hdmi, dvd anschluss. er hat betriebssystem mit allem treuern und neueste update, er ist sofort startbreit. er hat 2 jahre vollgarantie und 3 jahre lang service. wir haben eigene bergisten, wir bieten auch vor ort service und express service. sie haben auch möglichkeiten ihre configuration selbst zu bestimmen. sie ist seit 21 jahre, ihre partner. eine sie sie